Sehr willkommen zu einem nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Es ist auf jeden Fall noch gewöhnungsbedürftig, das zu sagen, aber heute soll es weitergehen. Und zwar mit dem Saisonvorbereitungsturnier im ersten Spiel treffen wir auf den Hamburger SV und im zweiten Spiel treffen wir auf den 1. FC Köln. Eventuell gibt es noch das dritte Spiel gegen den UFA 96 in dieser Episode, je nachdem wie ich das zeitlich hinbekomme bzw. wie das irgendwie passt vom Geschnittenen her. Ich denke aber, es wird alle drei Spiele geben, denn das Ganze wird natürlich nicht so ausführlich zusammengefasst werden, weil es ja nur Testspiele sind, Inter Mailand hofft Oberbiang zu verpflichten. Angeblich sollen ja die Top-Transfers nicht mehr so hochfrequenziell sein und die Ablösesumme realistischer. Ich bin gespannt, ob das wirklich so sein wird, aber davon abgesehen gehen wir einfach mal, würde ich sagen, weiter in der Zeit und simulieren bis zum fünften. Die EA-Server bringt es keinen Bock mehr, dementsprechend sind die gerade nicht dabei. Der Cup heißt übrigens European Intel Cup, keine Ahnung, was das heißen soll. Aber egal, wir machen eine Aufstellung und zwar spielen wir das Ganze, wie soll ich das sagen, nicht so, sondern so. Klassisch und dann machen wir unsere Heimtrikots, die echt cool aussehen und Hamburgs Auswärtstrikots, das dürfte passen von der Farbkombination her und stellen das Ganze dann folgendermaßen ein. Wir spielen nämlich heute mit Doppelspitze, wir wollen ja ein bisschen was ausprobieren und machen das Ganze mit zwei Zehnern. Wir spielen vorne in der Spitze mit Papi Stemba Cissé und Ayose Perez auf den Außenpositionen, hätte ich ganz gerne Goufra gesehen, genauso noch wie Sim de Jong. Auf der Sechs hätte ich gerne ganz gerne Colbeck und Biggi Rimana, genau, den hätte ich ganz gerne da. Auf der Bank übrigens für Veinaldo kommt mal wohin. Damit kommt in die Startelf und auf der rechten Seite wird Taylor spielen, der kann das nämlich, soweit ich weiß. Kann er nicht, dann würde er ja mal da doch spielen, anscheinend kann das nicht irgendwer hier. Irgendwer dachte ich, kann das, aber gut, dann kann es anscheinend der andere Taylor, der nicht mehr da ist. Laskel kann das aber, oder? Ne, kann er auch nicht, was ist denn hier los? Kann er nicht, hat er das? Nein, aber dann würde er auf A6 spielen, ach ne, Quatsch, kann er gar nicht, wird er auf Ersatzbank kommen. Laskel würde aber Innenverteidiger spielen, z.B. für Colocini, im Bama würde ich ganz gerne ausprobieren, möchte wissen, wie der spielt. Und ansonsten war es das auch schon mit den Änderungen. So wird also unsere Aufstellung aussehen, das Ganze wird natürlich gleich nochmal bildlich irgendwie veranschaulicht, irgendwie im Spiel, ich denke mal, ihr kennt mich ja, was das angeht, ich werde zumindest immer kurz die Aufstellung ansprechen und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Spiel wieder, bis gleich. Ausprobieren war der Sinn des European International Cups für Newcastle United und den Hamburger SV. Heute im Signal Iduna Park, erstes Gruppenspiel dieses internationalen Turniers. Newcastle im ungewohnten 4-2-2-2-System, während der Hamburger SV im 4-3-3 antrat, das heißt mit zwei Flügelspielern bei Newcastle, zwei Zehner hinter den offensiven Spitzen und es sollte eine interessante Partie werden mit Chancen auf beiden Seiten, bei denen natürlich die Trainer sehr viel ausprobieren wollten. Erste Chance für Newcastle, nach knapp 20 Minuten Flanke von Goufra war abgefälscht, geht an die Latte, allerdings gibt es dafür nur den Eckball, der im Endeffekt eventuell nochmal eine größere Chance werden könnte. Colbeck bringt diesen Ball in die Mitte, kann gute Standards schießen, der Kopfball abgewehrt, Perez nochmal mit der Chance, aber Ayose haut den Ball hier über den Kasten des HSV hinweg, somit bleibt es erstmal beim 0-0 nach 20 Minuten. Es ging weiter auf der anderen Seite, Hamburg, ja, spielte offensiv ab und zu mal ganz schön Fußball, allerdings kam wenig durch die Abwehr rein, genauso wie bei ihnen selber. Hier mal der Ball von Dias auf Olic, nochmal zurück auf den Auro Dias, Marcelo Dias natürlich und der versucht auf der Distanz, aber kein Problem für den Kiefer von Newcastle. Und er hatte gut abgewehrt, kurz vor der Halbzeit blieb es beim 0-0. Dann nach 60 Minuten knapp der erste Wechsel, beziehungsweise Doppelwechsel auf Seiten von Newcastle. Mavo und Mitrovic kamen in die Partie für den unauffälligen Papi Sdembas, ich sehe den ehemaligen Freiburger und Jean Goufra. Und die beiden sollten gleich direkt eine richtig große Bedeutung spielen. Gute Balleroberung von Newcastle und dann haben wir hier Mitrovic gerade eingewechselt und das Foul hier ganz unnötig in der Situation von Zoltan Stieber. Der Ungar kriegt dafür vollkommen zu Recht die gelbe Karte und Newcastle kriegt eine richtig gute Freischusssituation. Und mit Silva Mavo hatten sie gerade erst einen Schützen eingewechselt, der aus der Position auf jeden Fall ein gefährliches Ding auf den Kasten von Hürzel bringen konnte. Der Franzose machte sich auch direkt an die Aufgabe Nummer 31, knapp 30 Meter und der Ball relativ gut getreten, aber Hürzel hat da keine größeren Probleme und kratzt den Ball von der Linie. Es ging weiter mit Newcastles offensiven Anlauf, allerdings kamen sie nicht mehr wirklich gefährlich. Vor das Tor noch mal Mitrovic in der 87. Minute, der Ball in die Mitte, Callback versucht es aber wieder zu zentral auf Hürzel und das war die letzte Aktion der Partie für die McPies in der Offensive. Es blieb ein 0 zu 0, ein Punkt also für die beiden im ersten Spiel, torloses Remis. Das muss besser werden im zweiten Spiel und zwar aus Sicht von beiden Mannschaften, sowohl im Newcastle United als auch im Hamburger SV, immerhin kein Gegentor. Das ist das Positive, was man auf beiden Seiten anmerken kann. Allerdings waren die Fans natürlich unzufrieden und das vollkommen zu Recht in so einem Turnier erwarte man Tore und die sahen sie hier zumindest in dieser ersten Partie noch nicht. Es muss in den nächsten Partien also besser werden, sowohl bei den Hansestädtern als auch bei den McPies. So, da sind wir wieder zurück. 0 zu 0 im ersten Spiel. Köln gewinnt 3-0 gegen Hannover. Na, das ist natürlich mal ein Ausrufezeichen, das da gesetzt wurde. Das Spiel, das war das erste Spiel, was ich jetzt in der FIFA 16 Vollversion gemacht habe, muss ich dazu sagen. Es fühlt sich an sich interessant an, aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht ganz so einfach. Also, es war schon deutlich einfacher, Tore zu schießen in FIFA, als es in dieser Episode bisher war. Aber wir werden sehen, wie das Ganze laufen wird. Leroy Sané ist an sich ein sehr, sehr interessanter Spieler, den werden wir auf jeden Fall mal beobachten. Da bin ich interessiert. Dann Genki, Yara Gucci eher nicht so. Lex auch nicht, Werner auch nicht, Jairo auch nicht, Kaldirola auch nicht, Schürrle auch nicht und Douglas Costa schon mal gar nicht. Aber gut, das sind immerhin die ersten Spieler, die von meinem Scout vorbeigeschickt werden quasi, beziehungsweise die mein Scout mir hier anbietet. Und von daher kann man da nicht so besonderlich, ne was besonderlich, sonderlich viel gegen meckern. Vertragsverlängerung von Callum Roberts, da sind wir uns schon mal einig, das ist wunderbar. Ja, mir hat das gerade nicht so gut gefallen, die Aufstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir werden jetzt gegen Köln auf jeden Fall irgendwie ein bisschen anders spielen im Internationalen Cup. Das werden wir natürlich jetzt hier wieder so einstellen. Wir spielen mal, ja, das ist natürlich im dritten Trikot. Das sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich mit dem Pinken, das sieht ganz cool aus. Wir spielen jetzt im 4-3-2-1, ja. Das ist mal ein Versuch, den ich wagen möchte. Ich finde die Idee eigentlich ganz nice. Das haben wir hier, 4-3-3. Und wir spielen mit der einzigen Sturmspitze Mitrovic, das haben wir gerade schon gesehen haben. Wir packen Perez raus, dafür kommt eben Roberts rein auf die Bank. Und ich wollte gerade sagen, hier Kollege Armstrong hat das ja verliehen. Wir packen Anita in die Startelf für T.O.T. Sisoko spielt weiterhin da auf der Position. Mavo kriegt seine Chance von Anfang an, hat mir gerade eigentlich ganz gut gefallen. Biggi Rimana war nicht so stark. T.O.T. kommt auf die Bank für Colback. Taylor kommt in die Startelf, und zwar für Colocini. Mbemba geht raus, und zwar für Mike Williamson. Curtis Goode kommt auf die Bank für Colocini. Und was machen wir noch? Ich glaube, sonst können wir es eigentlich so lassen. Joa, Haidara wird mal sein erstes Spiel machen. Und Colocini können wir eigentlich, können wir ihn noch auf die Bank setzen, oder? Ne, können wir nicht, weil T.O.T., Roberts und Goode eingewechselt werden sollen. Dann lassen wir es so, und ich würde sagen, ach nee, Quatsch, wir müssen noch vorne was ändern. Ah, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wir müssen nämlich noch Vainaldum rausnehmen und Thorvald reinpacken. Und Vainaldum kommt auf die Bank, und dann können wir irgendwie nicht einwechseln. Und wir lassen mal T.O.T. dann ganz draußen. Der spielt dann in der nächsten Partie. Ich würde sagen, das könnte was werden. Wir werden mal ausprobieren. Darlow kommt ins Tor noch für Krüll. Damit war richtig schön, wenn wir rotieren. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Zweites Spiel im European International Cup, sowohl für Newcastle United als auch für den 1. FC Köln. Die Kölner in der ersten Partie siegreich gewesen. Newcastle mit einem 0-0 gegen den Hamburger SV. Beide wollten es heute besser machen. Natürlich ungewohntes Terrain für die Engländer, für die deutschen Vertreter, für den 1. FC Köln. Gerade mal ein paar Kilometer vom Heimatort entfernt. Dementsprechend etwas einfacher für sie, hier in die Partie zu gehen. Und genauso gingen sie es auch an. Allgemein war Newcastle verunsichert und Köln machte in den ersten Minuten das Spiel. Das wirkte sich natürlich auch direkt auf dieses Chancenverhältnis aus. Erste Aktion, die richtig torgefährlich war. Nach knapp 15 Minuten Lehmann mit dem Doppelpass und dem Schussversuch. Aber Darlow ist da und hält diesen Ball relativ sicher. Auf der anderen Seite dauerte es ein bisschen, bis Newcastle in Fahrt kam. Durch den Fehler von Mergi Mavre. Da ist Aarons, der junge Nationalspieler Jamaikas, scheitert aber zunächst am Kölner Keeperhorn und dann am Pfosten. So blieb es weiterhin beim 0-0. Erste richtig ticke Chance für Newcastle. Die waren jetzt aufgewacht, versuchten es weiter nach vorne. Florin Storvan kann sich hier den Ball erobern. Geht in den 16er, lässt sich aber zu weit nach außen treiben. Und der Schuss dann dementsprechend nicht mehr so gefährlich. Es blieb nach 34 Minuten weiterhin torlos beim Remi. Auf der anderen Seite gab es mittlerweile weitere Chancen. Und zwar hier für Gerhard Osako dreht sich wunderbar um den Verteidiger. 1-0, 42. Minute Newcastle, das erste Saison-Gegentor. Und für Köln der erneute Führungstreffer gegen Hannover hatte man bereits gewonnen. Und hier war man jetzt gegen Newcastle. Den Führunggang schlecht gemacht von Williamson und Taylor, den beiden Innenverteidigern. Und im Endeffekt kann Dala auch nicht mehr ausrichten. So steht es. 1-0 für den ersten FC Köln, die in der zweiten Halbzeit versuchten, die Führung auszubauen. Hier kommt der Ball zu Olkowski. Im 16er hat das Ganze erstmal noch gerade so abgewehrt. Allerdings schlecht verteidigt dann von der Defensive. Der McPies-Bei kommt nämlich wieder nach vorne zu Pavel Olkowski. Der auf Osako, Nagazawa, der andere Japaner im Kader, aber zu uneigennützig. Und somit hatte Dala auch kein Problem, diesen Ball aufzunehmen. Danach kam es zum Zeitspiel von Köln. 87. Minute und sie verloren die nochmal in der Offensive. Steven Taylor trieb den Ball nochmal nach vorne. Hier auf Musa Sisoko, der in die Spitze. Und da steht Roberts und der wird gefoult. Und das gibt den Freistoß. Total unnötige Aktion von Mavre, der davor noch die gelbe Karte sah. Und Sisoko kann Freistöße. 23 Meter vor dem Tor. 90. Minute der Franzose gegen Timo Horn. Nein, der Ball geht drüber und somit blieb es beim Einzelnen für den 1. FC Köln. Negatives Highlight der Partie dann in der Nachspielzeit. Hier Bittencourt an der Eck fahren und da kommt von hinten Wörn und Anita. Vollkommenes Frustfoul. Total unnötig in der Situation. In der Freundschaftszunie sollte man sowas nicht machen. Und dementsprechend gibt es natürlich die glattrote Karte. War schon gelb vorverwarnt, aber bekommt ihr nochmal glattrote. Und das vollkommen zu Recht. Geht er in die Beine des ehemaligen 96ers. Und das auch noch von hinten. Er nimmt die Verletzung des Gegners in Kauf. Klar ist er gefrustet, aber so muss man trotzdem in dieser Situation definitiv nicht reingehen. Und dementsprechend vollkommen zu Recht die rote Karte. Das war es von der Partie. Köln also im zweiten Spiel mit dem zweiten Sieg. Newcastle verliert zum zweiten Mal wichtige Punkte. Hat nur einen aus den ersten beiden Spielen. Und braucht gegen Hannover 96 einen Sieg, um die Chance noch ein Weiterkommen zu wahren. Aber wenn sie so weiterspielen, dann wird das nichts. Denn um zu siegen, müssen sie Tore schießen. Und das läuft bisher noch nicht bei den Magpies. Bei Köln kann man sagen, dass die Vorbereitungen gut laufen. Jujo Sarko war heute erfolgreich und sie sind dementsprechend schon weiter in der nächsten Runde im Halbfinal. Gut, das war gnadenlos effektiv vom Herbst FC Köln. Wir sind mit einem Punkt noch auf einem Level mit Hannover 96 und dem Hamburger SV. Ne, der Hamburger SV mittlerweile schon zwei Punkte. Das heißt, wir müssen das letzte Spiel jetzt gewinnen gegen Hannover 96. Und Hamburg muss gegen Köln verlieren. Sonst sieht es schlecht aus für uns. Von mir aus können wir unentschieden spielen, aber wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Nationaltrainer juckt mich nicht. Anita wurde für zwei Spiele gesperrt nach seiner roten Karte. Also nicht mal gelb-rot, nein, glatt-rot für diese Aktion, die wirklich relativ unnötig war. Aber es war halt ein Frustfoul. Nicht nur mein persönlicher Frust, sondern auch seiner. Das hat man ganz klar gesehen. Das war nicht nur meine, ja, quasi Handlung. Wir gucken uns außerdem in Enkel Eliaquimangala, nicht Equialim. Und Jefferson Monteiro ist auch gar nicht mal so uninteressant. Von daher haben wir da ein paar Spieler, die auf jeden Fall theoretisch Transfer-Targets werden könnten. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wir spielen auf jeden Fall jetzt gleich erstmal gegen Hannover 96. Noch in dieser Episode. Abschlussbericht zu Emre Can. Und der sieht schon echt ziemlich, ziemlich stark aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin doch schon relativ interessiert an dem, weil der halt Sechster und Innenverteidiger spielen kann. Da werde ich vielleicht nochmal anfragen für eine Laie. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber zunächst einmal werden wir jetzt nochmal ausprobieren im letzten Spiel. Und zwar nochmal mit einer neuen Formation. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht welche, aber ich glaube, ja, wir spielen da mit, was spielen wir denn da? Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung. Wir gucken gleich mal nach. Aktuell ist aus Frankreich. Was haben wir denn da schön? Das ist ein Benza von Fumutamuzo haben wir hier wieder. Goudou, Wallace, Gett, Wiedmont, Lucas und Salibur. Salibur gucken wir uns nochmal an. Und Bruno Perez am Abschlussbericht genauso wie zu Ugani und Salvatore Molina. So, Bruno Perez, was kannst du denn? Du kannst alles, das weiß ich schon, das Ultimate Team ist ein absolutes Monster von einem Rechtsverteidiger. Wird aber wahrscheinlich sehr schwer zu bekommen sein. Deswegen, ja, Rugani haben wir dann hier. Ja, an sich, an sich, an sich sieht das alles pervers aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch der wird einfach unfassbar schwer zu bekommen sein. Salvatore Molina sieht nicht stark aus. Und dementsprechend löschen wir den nochmal. Gut, Nachrichten von Spielern. Sturry, der würde ganz gerne spielen. Das können wir eigentlich auch mal machen in der nächsten Episode. Beziehungsweise nicht in der nächsten Episode, sondern im nächsten Spiel. Jetzt hier gegen Hannover 96. Auch da werden wir wieder die Aufstellung hier vor dem Spielfeld legen. Gegen die Heinz-von-Heiden-Trikots. Wer soll das sein? Ich weiß es nicht. Egal. Gut. Welche Formation spielen wir? Das ist die große Frage. 4-5-1. Das wäre quasi langweilig. Mit Flügeln hat mir das schon ganz gut gefallen, muss ich sagen. Deswegen spielen wir aber 4-3-3-4 offensiv. Auf 10 geht Veinaldo. In den Sturm geht Papi Sedemba Cissé. Auf die rechte Außenbahn geht, ja, Gouffron würde ich sagen. Auf die linke Außenbahn. Das ist die Frage. Marvaux kann das, glaube ich, genau. Geht dementsprechend Marvaux. In Zentral-Division-Mittelfeld geht TOT zusammen mit Sissoko. Rechtsverteidiger wird dann eben dieser Steri werden. Den haben wir hier. Ja, Curtis Good-Rivier. Packen wir mal auf die Bank, spaßeshalber. Auch wenn der eher nicht zum Einsatz kommen wird, glaube ich. Und Rob Elliott lassen wir auch nochmal eine Runde spielen für Tim Krüll. Zimde Jong. Hat er ja noch nicht ausreichend gespielt. Könnte ich mal für Sissoko eigentlich erstmal reinwerfen. Allerdings kann er die Positionen nicht. Allerdings können wir das dann so machen. Und Coloccini, brauchst du eine Spielzeit? Haidara. Da weiß ich noch nicht. Ich glaube, da lasse ich wieder damit spielen. Der hat mir ganz gut gefallen in der ersten Partie. Ich würde sagen, das sieht so ganz in Ordnung aus. Damit gehen wir rein in die Partie gegen Hannover 96. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir brauchen einen Sieg. Den haben wir uns jetzt. Und bis gleich. Newcastle nach den ersten beiden nicht so erfolgreichen Spielen in der Feld. Dieners Arena gegen Hannover 96. Nur noch mit theoretischen Chancen auf ein Weiterkommen. Hamburg musste verlieren und selber brauchte man einen Sieg. Gegen Hannover 96. Bisher allerdings torlos. Und dementsprechend musste das heute, gerade in der Offensive, sehr viel besser werden bei den McPies. Ob das Ganze funktionieren sollte, wir werden sehen. Sie spielten auf jeden Fall deutlich besser nach vorne als in den ersten beiden Partien. Aber ob es gereicht hat, wir werden es, wie gesagt, im Endeffekt erfahren. Bei Hannover 96 unter anderem Charleston Benchop mit von der Partie. Und der war in der Anfangsphase sehr, sehr aktiv nach vorne. Und Hannover erspielte sich auch ein leichtes Übergewicht. In der Anfangsphase und hatte die ersten Chancen auf ihrer Seite. Das werden wir jetzt direkt sehen. Hier hat Schmiede bei draußen den Ball setzt sich da durch. Macht als gut die Flanke bereits aus dem Halbfeld. Und da steht Felix Klaus in der Mitte. Gewinnt das Kopfballduell. Das war die erste Torannäherung der beiden Teams nach knapp 15 Minuten. Allerdings noch relativ ungefährlich. Dann Charleston Benchop mal mit einer Chance, mit einem Freistoß nach knapp 30 Minuten, knapp 30 Meter. Aber das kann er definitiv besser. Viel zu wenig Kraft und zu wenig Präzision in dem Versuch des Niederländers. Auf der anderen Seite kam Newcastle da mal nach vorne nach knapp 39 Minuten. Pass in den Rückraum. Und er steht damit und den muss er eigentlich machen. Aber er ist halt Linksverteidiger und kein Torjäger. Und das sieht man hier relativ deutlich. Trotzdem spielten sie jetzt besser nach vorne. Nur ein paar Sekunden später wieder gut in die Mitte gechippt. Ja, der Ball aber dann quasi verloren. Trotzdem kommt er nochmal in die Mitte. Und zwar zu Papiers Dembassi. Sehr aus der Drehung. Aber Königsmann ist da und hat keine großen Probleme, diesen Ball dann bloß letztendlich zu entschärfen. Ja, in der Nachspielzeit der 2. Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Es kam zur 2. Halbzeit. Und da gab es diese Chance hier auf der Seite von Newcastle. Königsmann mit einer leichten Unsicherheit. Aber im Endeffekt nicht verwertet. Goufran regt sich da auf. Denn es blieb langsam die Zeit davon. Sie brauchten ein Tor. Aber es wollte einfach nicht fallen. Flanke in die Mitte. Königsmann wieder unsicher. Aber auch hier kommt kein Newcastle-Spieler an den Ball. Dementsprechend gibt es die Ecke. Und die könnte natürlich gefährlich sein. Wird auch reingebracht in die Mitte. Und es wird tatsächlich gefährlich. Und zwar über den Bämmer mit dem Kopfball ans Lattenkreuz. Es blieb allerdings bei 0 zu 0. Es war die letzte Chance der Partie. Newcastle mit der Riesengelegenheit. Aber die Latte verhindert das Weiterkommen. Der McPies 0 zu 0. Also auch im dritten Spiel kein Tor in der Vorbereitung für die McPies. Das muss im Ligaalltag besser laufen. Hannover 96 hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber immerhin die 0 gehalten. Gegen schwache, offensiv schwache McPies. Wir bleiben torlos und scheiden leider Gottes aus. Aus dem Pokal mit einem Sieg hätten wir es tatsächlich geschafft. Dann wären wir auch weiter gewesen. Zusammen mit dem 1. FC Köln. So kommt anscheinend der Hamburger SV tatsächlich weiter. Und dann Hannover. Und wir fliegen raus. Bitter, bitter, bitter. Aber sowas muss nun mal passieren. Ich bin nicht so sicher, wie das Ganze jetzt werden soll. Das Ding bei der ganzen Geschichte ist natürlich, wir sind mit Legende wirklich sehr stark direkt unter Druck. Ich habe das jetzt, das war die ersten drei Spiele, die ich gemacht habe. Es ist kein einziges Tor gefallen und gerade die Offensive schwächelt anscheinend noch. Also muss daran gearbeitet werden. Ich denke mal, das kriegen wir aber hin. Erstmal Angebot für Emmanuel Rivier. 2,4 Millionen von Crystal Palace. Ich hätte ganz gerne drei. Denn, naja, das ist halt ein direkter Liga-Konkurrent, der wahrscheinlich auch ungefähr in der gleichen Tabellenregion wie ich spielen wird. Bei Sané wäre ich interessiert daran, ob der Forster-Skills hat. Aber an sich ist natürlich ein sehr interessanter Spieler. 2,3 Millionen Marktwert. Kannst du auf jeden Fall schon mal so machen. Dann haben wir hier sieben Spieler noch aus Italien. Unter anderem Baldi Diaw Keita oder auch Domenico Berardi. Romanuli haben wir noch dabei. Lazare, der ist auch an sich interessant. Caprari nicht so. Koulibaly, den finde ich extrem interessant. Anscheinend kommt er mittlerweile wieder aus Senegal und nicht mehr aus Frankreich. Aber gut, wir werden sehen, was passieren wird. An sich bin ich bisher noch nicht so begeistert von den Scouts. Die haben noch nicht so krasse Arbeit geleistet. Also da geht auf jeden Fall noch was. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier noch haben aus Deutschland. Danach beenden wir die Episode auch. Die dauert sowieso schon lange genug auf jeden Fall. Wir haben hier Ilhas Bebu von Fortuna Düsseldorf. Der ist aber nicht so interessant. Kostic, der ist auf jeden Fall interessant. Jonathan E. Brooks ebenfalls. Dann haben wir Massimo Bruno, Bella Rabi, Uffe Bech. Scouti haben wir mal aus Prinzip. Dann haben wir noch Manuel Torres, Hermann. Ja gut, das ist nicht so krass. Eliakui Mangala und Jefferson Monteiro haben wir Abschlussberichte zu. Emre Can. Dann haben wir hier Monteiro, 9 Millionen Marktwert. Ist schon ganz schön happig und der hat nur 70 Abschluss, von daher eher nicht. Mangala, was hat der für einen Marktwert? 16 Millionen. Was natürlich krass ist, wenn wir den kaufen wollen würden. 20 Millionen müssten wir schon für den berappen. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Von daher bin ich da nicht so epig drauf. Eher auf eine Laie von Emre Can. Damit hätten wir nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar den Sechser und den Innenverteidiger. Ist natürlich vom Rating her nicht so stark, aber vom Potenzial auf jeden Fall. Und von daher 5,1 Millionen steht hier. Ich würde ihn ganz gerne für zwei Jahre ausleihen. Künftige Ablöse nicht festgesetzt. Beziehungsweise künftige Ablöse können wir einfach mal vielleicht 8 Millionen machen. Oder 7, 7 Millionen. Und vielleicht versuchen wir es mal so. Es wäre auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, ihn zu verpflichten. Obita haben wir hier noch. 70er Rating hat er. 21 Jahre alt. Ist mir ehrlich gesagt etwas zu schwach für das Alter bereits. Wir simulieren mal die nächsten Tage weiter. Ach, wir können ja wieder Training machen. Das habe ich ja ganz vergessen. Verdammt, nur eins. Egal. Wir haben ein Transferangebot. Und zwar über 2,6 Millionen für Revier. Weiterhin wir gehen mal runter auf 2,9. Aber um den Dreh 3 oder über Markt würde ich es doch schon ganz gerne haben. Aktuelles aus England haben wir dann hier nochmal. Und zwar Declan John. Den gucken wir auf jeden Fall an von Cardiff. Joel Campbell. Okay. Oder John Wilfried. Aha. Auch interessant. Ryan Mendes. Stephen Corker. Maynard. Und Scannell. Okay. Alles klar. Dann haben wir noch die Abschlussberichte zu Salibur und Fumutamuzo. Salibur. Ne. Kannst du vergessen. Fumutamuzo. Kannst du anscheinend auch vergessen. Also die beiden leider Gottes auch nicht so interessant für uns. Genau. Training wollte ich machen. Und zwar werden wir bei Mitrovic was trainieren. Und zwar das Dribbling. Und zwar Mittel werden wir da machen. Dazu. Ups. Dazu werden wir bei Florin Thauvin. Ich hätte ganz gerne, dass der Tempo Dribbling passt glaube ich ganz gut. Ups. Das war schon wieder Mitrovic. Das ist ja schrecklich. Mittelfeldspieler. Weinaldum braucht mehr Schuss. Weinaldum braucht mehr Schuss. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Auch Fernschüsse mal. Wie bei Sisoko vorhin schon. Bei Sisoko. Ne. Das ist Sisé. Das ist Sisé. Wir nehmen Sisoko selber nochmal mit in das Geschäft rein. Und zwar. Was machen wir denn da? Passspiel. Passspiel wäre wichtig. Und zwar Steilpässe. Das passt glaube ich schon mal ganz gut. Und die Übung Nummer 5. Das ist für die Innenverteilung. Das ist für Mbemba mal wieder. Und zwar El Rando. Ich würde ganz gerne passen machen. Und zwar. Flügel wechseln. Präzisionspass. Ne. Pässe beherrschen. Steilpässe. Timing von Pässen. Timing von Pässen klingt gut. Machen wir einfach mal so. Übungen simulieren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mit A abgeschlossen. Das ist sehr schön. Hier simulieren wir mal alles. 1, 0. Und. Oh, D. Und D. Bei Sisoko. Und beim Mbemba. Was natürlich nicht so schön ist. Aber gut. Kannst du nichts gegen machen. Ich bin immer noch nicht so ganz damit klar. Was dieses Training bringt. Und wie das funktioniert. Aber gut. Das werden wir schon noch rausfinden. Ich labere jetzt 14 Minuten. Und wie lange soll die Episode denn werden. Egal. Was war da gerade. Ich habe es nicht gelesen. Leider Gottes. Da stand. Wir müssen leider mitmachen. Das ist ja. Okay. Sie möchten nicht ausleihen. Das heißt wir müssen ihn kaufen. Beziehungsweise werden versuchen ihn zu kaufen. Und zwar für 5 Millionen. Das ist das Angebot was ich jetzt erstmal mache. Und nachdem wir hier quasi eine Absage bekommen haben. Beziehungsweise nachdem wir hier nochmal ein Angebot gemacht haben. Beenden wir das Ganze. Also spätestens am 1. August ist das Ganze hier vorbei. Das ist ein Transferangebot für Tony. Das machen wir zwei Jahre gleich nach Sheffield United. Das sieht auch ganz in Ordnung aus. Das kannst du auf jeden Fall so machen. Ist das nicht der hier Traditionsverein? Der älteste der Fußballgeschichte? Weiß ich gar nicht. Ob das Sheffield United war. Ich glaube aber schon. Transferangebot. 2,8 für Jumann für Rivier. Das ist Marktwert. Das nehmen wir an. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen Stürmer weniger im Kader. Und sind da in der Franzosen los. Frankreich haben wir nochmal Angebote. Beziehungsweise Vorschläge. Und zwar Touré, Le Mans, Cabot, Coucouin, Florian Thibaut, Bar. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Und Huld. Wilfried Sahar Abschlussbericht. Das ging ja schnell. Wäre auf jeden Fall interessant. 77er Rating hat der. Das ist natürlich krass. Aber trotzdem wäre der an sich interessant. 10 Millionen bieten wir mal. Spaß es halber. Hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Aber trotzdem wäre der auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und Flügelspieler können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Wir warten ab, was sie zu Emre Can sagen. Daniele Werder haben wir noch eine Antwort zu. Und Liverpool hat das Angebot akzeptiert. Na, das ist natürlich super. Weil damit haben wir einen neuen Innenverteidiger. Beziehungsweise Sechser. Und der wird gleich wichtiger Stammspieler. Damit haben wir den ersten richtig coolen Transfer, würde ich mal so sagen. Koulibaly haben wir hier noch. Daniele Werder. Das gucken wir uns gleich alles mal in einem an. Ja, 76er Rating bei Baldi, die auch okay. Tavira hat sich auch eine Möglichkeit. Aber nee. Werder. Nee, auch nicht. Berardi ist zu teuer. 100 Prozent. Ja, 20 Millionen. Das geht nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Er ist gerade erst gewechselt. Lazare sieht auch nicht so stark aus. Koulibaly sieht sehr stark aus. Ist aber auch zu teuer für uns. Und da wir mit Channels sowieso einen guten Spieler haben. Müssen wir uns. Weiß ich nicht, ob wir uns da wirklich Gedanken drum machen müssen. Rivier ist verkauft. Crystal Palace sagt, inakzeptabel. Wir kriegen ein Angebot für Gilyar. Das nehmen wir auch an. Den wollten wir ja sowieso loswerden. Und was ich jetzt gleich noch machen werde, ist mein Angebot auf 11 Millionen zu erhöhen. Für Wilfried Zaha. Und ansonsten gucke ich mal in den nächsten Stunden, beziehungsweise in den nächsten, ja doch, Stunden eigentlich. Auch morgen in der Schule, denn es ist schon relativ spät jetzt. Gucke ich mal ein bisschen rum, wen ich denn so interessant finde von Spielern, bei denen ich sage, okay. Den könnte ich mir vorstellen, dass wir den zu uns lotsen. Jetzt hier auch im Karrieremodus. Hier haben wir noch ein paar nicht lizenzierte Wappen. Einen Spieler werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Beziehungsweise werde ich auf jeden Fall scouten. Und ich denke mal, viele von euch können sich vorstellen, wer das ist. Und zwar Salif Sané. War im letzten Karrieremodus ja dabei und in diesem soll er eventuell auch dazustoßen. Das ist genau so, Navi Can kann beide spielen. Und von daher wäre das ideal. Aber das war es jetzt einmal von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Episode gibt es dann anscheinend das erste Liga-Spiel und hoffentlich das erste Liga-Tor. Ich bin gespannt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.